Guck mal, wir kriegen ja immer so viele Fragen gestellt, ne? Und hier jetzt ist der Punkt allein, wo ich euch die Fragen stellen will. Wie sieht so viele Äußer aus? Einer von euch hört sich an. Ich habe nichts abgefunden. Ich habe nichts abgefunden. Okay, ich bin nicht dabei. So, jetzt habe ich meine Frage. Was ist in meinem Leben passiert, wo du gerne zurückdenkst und sagst, ich möchte diesen Moment nochmal erleben? Wie alt ist der Neffe jetzt? 6. Wie heißt der Neffe? Jeremy. Einen angepassten Song. Dieser Song ist für dich und deinen Neffen Jeremy. Also ihr habt dem Basti ja nicht so weit gebracht. Weil ihr habt gar nicht gesehen, was da für ein Bild drauf ist. Ich habe es ihm gerade gesagt. Das ist halt seine Mami. Basti! 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 Oh, ein riesen Applaus für den Basti. Ich bin sehr emotional heute. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Darf der Basti das behalten? Ja, oder? Dankeschön. Der Erste, der auf der Bühne heult von uns. Oder weint. Das ist schön. Das ist schön, Basti. Wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich möchte, dass du dein nächstes Mal sagen kannst. Das ist wunderbar. Brauchst du kurz? Okay, dann. So schwere Momente. Und das alles möchten wir wieder mit euch erleben. Hier ist für euch Zuss nochmal. Danke, Mama.